Sie sind wieder voll im Kommen, Bikerboots. Hier haben wir einmal super schick diesen Bikerboot, der so eine Kombination ist zwischen Cowboy und Bikerboot. Hier einmal diese abgeflachte Spitze. Wir haben auch so dieses Leder, das so gewachst ist, also so ein bisschen diesen Used-Look wiedergibt. Dann hier an der Seite haben wir einmal Elastikbunt, sodass man ganz leicht reinschlüpfen kann. Wir haben hier auch dieses Detail, das man so ein bisschen von Pferden kennt, so diese Tresen. Und hier eben so ein Absatz vom typischen Cowboyboot. Ich persönlich finde es super cool, Cowboyboots mit sowas super femininen zu kombinieren, wie zum Beispiel ein Blümchenkleid oder ein Röckchen. Das gibt dem Ganzen nochmal so einen cooleren Look. Nämlich hier eben auch einen ganz, ganz hochwertigen Bikerboot, der einfach zeitlos ist, den man immer wieder rauskramen kann. Jetzt momentan sind Bikerboots wieder voll im Kommen, deswegen ist es Zeit, dass du auch ein Bikerboot in deinem Schuhschrank hast. Deswegen leg dir diesen super schicken Bikerboot, der auch noch cool und lässig ist, in deinen Warenkorb. Viel Spaß damit!